Also, was ist hier im Arbeitsrecht die Struktur? Die Struktur ist hier ganz einfach. Nachdem wir jetzt kurz die Wurzeln betrachtet haben, die Quellen im Arbeitsrecht betrachtet haben, kommt jetzt die Struktur und die Struktur ist nichts anderes als eine Zeitschiene. Das heißt, wir betrachten ein Arbeitsverhältnis sozusagen von Anfang bis Ende. Und zwar nicht vom Anfang des Arbeitsverhältnisses, deswegen kommt an der Stelle auch erst der Arbeitsvertrag, als natürlich wichtige Rechtsgrundlage, völlig berechtigter Einwand, sondern vorher noch, das heißt, der Zeitpunkt oder Zeitraum der Vertragsanbahnung, Kontrahendung, also die Sorgfalts- und Wahrheitspflichten, da ist noch kein Vertrag unterschrieben, aber man ist im Prozess der Anbahnung. Es könnte sich ein Vertrag ergeben, dann kommt der Vertrag, also es geht gut aus, das Vorstellungsgespräch ist erfolgreich für den Arbeitnehmer, dann kommt der Arbeitsvertrag, dann kommt das, was im Arbeitsleben so passieren kann, zum Beispiel Arbeitnehmer wird krank, Arbeitnehmer macht was kaputt, ja, Geldfortzahlung, Haftung des Arbeitnehmers, Betriebsrat und dann endet die ganze Klamotte mit Kündigung und Zeugnis. Das ist unser roter Faden im Moment hier.